Achso. Okay, die anderen mögen keine Schilde. Cheater Bands! Ja echt, Cheater Bands, Cheater Bands. Blitz! Ja, go for it. Wenn ich mit Blitz nicht so unfassbar gut wäre, dann würde ich ihn ja wirklich spielen. Blenden ist auch eine Challenge. Ja. Okay, ich hätte Lust, eine sinnvolle Runde mal zu probieren, ob das funktioniert. Ja, eine sinnvolle Runde spielen wir von Haus aus, aber... Hunted. Aber, aber... Wir haben einen Heartbreach dabei, wir haben genug Softbreach, wir haben einen Thatcher dabei. Ich muss jetzt mal den neuen Thatcher testen, wie sich das so spielt. Ist denn das neue Heartbreach-Cadget schon dabei? Ja. Fuse hat zum Beispiel eins. Huiiii! Splatter! Die Dinger fliegen so unfassbar geil. Haben den Mute? Ein Piano ist die Melusi. Äh... New Balcony. Zwei. Kann jemand die zweite Angle im Piano nehmen? Äh, schwierig. Äh... Gib mir ne Sekunde. Also Piano ist soft, dann kann ich das machen sonst. Eine... New Balcony, ganz im zweiten Piano-Window. So. Jetzt ist sie nicht mehr in... äh... Piano. Doch, jetzt ist sie hinter der Couch. Leider ist in A Heaven. Ich tohn mal Red. Tohn ich auch grad. Nach unten war nix. Okay. Äh, Maestro-Cam. Warte, warte. Ich dropp Red. Warte. Mit Lucy. Hast du die? Okay, jetzt Richtung White Up. Ich... Geh rein. What? Haben die die Zeit in der Kanabe gekürzt? Nö. Uhhh... Gut, sie hat mich. Wenn... Lucy auf die Sauber gehen. Ich hab noch sogar ne Drohne. Hm. Ich drohne jetzt oben die komplette Zeit. Ich drohne Red. Oben bei Bar sind keine Fußspuren. Piano ist clear. Ich würd Piano nehmen. Seid ihr schon da? Äh, noch nicht. Also... Red sind keine Fußspuren. Red runter ist nix. Ich drohne oben Red. Ah, okay. Dann ist schon drin. Achtung. Ich brauche Piano auf. Ich geh White. Bar ist nix. Freezer ist nix. Und auf White. Äh, hinten in Heaven ist jemand. Das ist der Maestro. In White ist einer. Heaven. Heaven Maestro. Und auf White stairs ist einer. Dann halte ich die Richtung. Johnny... Äh... Jan hält die White Richtung. Agnes hältst du die stairs wieder? Ja. Äh, Ben geh mal bitte zu Piano. Mach die Hedge auf. Ich... Ich nehm die Angle. Okay. Maestro ping kommt. Wo ist die... Äh, die Piano Hedge ist auf. Maestro dead. Nice. Achso. Okay. Dann sah das gerade alles. Ich hab die Reds erst runter. Reds erst Frost. Okay. Da liegt ne Claymore. Ja, ja, ja. Im Trains ist der Legion dead. Jäger tracked. Frost dead. Letzte Jäger. Dead. Alter. Nice. Also gut gemacht, ja. Krass. Leute, das war ein geiler Wunsch. Ja. Auch beim Hochrappeln kann da jemand rauskommen. Nix in Mining. Achtung, Ben. Jo. Ist schon auf mich geschossen worden. Wir haben noch nix im Piano. Also Small Bakery ist die Melusi. Hat sich nach Red verzogen. Meintest du Wedding oder... Ich nehm Piano. Red stairs. Keine Wunschwur. Wedding selber ist Kiel. Ab Piano. Ich würd gerne nach... Red stairs. Red stairs. Jemand unten. Ja genau, die Melusi. Ich guck mal kurz Richtung White raus. Hier ist übrigens ein Hoop-Ho. Hab ich? Rechts. Okay. Ich hab Red stairs. Cool. Lass uns White runter pushen. Gut. Woop woop ist's geklaut? Ich halte. Achso, du machst die Wand auf. Ja. Ich hätt die andere aufgemacht schon. Aber das ist auch gut. Sorry. Alles gut. Einmal kurz Segal. Achtung. Da hab ich auch noch zur Not ne Drohne. Achtung. Ich schmeiß ne Granate. Ich lass euch kurz in die Füße hier und push von der... Nice. Push von der anderen Seite. Hedge ist offen. Okay, ich nehm nur in die Füße. Wedding immer noch nix. Okay, ich geh Wedding rein. Kein Red stairs bottom. Okay. Ich bin hier gut. Ich seh nix. Ich hab die nicht mehr Agnes. Ich kann die nicht mehr unterstützen. Nochmal Ngu. Ich komm zu dir. Ich geh jetzt hier. Scan kommt. Bandit. Ja. Ben, machst du bitte die Wand auf, wenn ich... Wenn ich geserchert hab? Ja. Ja. Warte. Sercher. Banz ist auf. Warte. Was ist's? Was fehlt nur noch eine? Zwei fehlen noch. Einmal Side Drohnen bitte? Boss Traps aufpassen. Hobe ich nicht. Dann Drohnen... äh, ges... Botting default care guys. Lieschen. Okay, ich drohne, wenn es geht. Ne, meine Drohne ist zu weit weg. Jan wird, also ich würde jetzt, äh, 30 Sekunden, 30. Ja, ja, mach. Er plantet, er plantet. Nice. Ich komme runter raus. Just hold, just hold, just hold. Okay, ich halte Richtung Red. Ach, nicht. Richtung Freezer. Richtung Freezer, okay. Ja, low. Haltet beide da, ich halte Richtung Red. Macht einen Cross, wenn es geht. Ich ping, ich habe dort die Engel dorthin. Auf diese Tür. Diesen Double-Door-Ding. Kommt Red, kommt Red. We win. Good job, guys. Zeitdruck, Stress. Was ist denn jetzt los? Ach, come on. Oh nein, wir können so mit Secher wieder rein. Oh, du müsstest wieder... Nein, ich kann ihm nicht mehr rein, weil es mich einfach normal rauskickt. Oh nein. Fuse. Wenn wir einen Blick Richtung Wildstairs werfen können, das wäre cool. Haben wir da unten einen Barbar zufällig? Ja. Nein. Doch, ich habe einen hingelegt gehabt. Okay, ich kümmere mich, Wild. Nice. Haben einen Zero. Hängt ans... Hängt an Piano durch. Skylight oder Red Drop, ich weiß es nicht. Piano Window? Ich weiß noch nicht, an welchem. Der könnte sich nicht sehr bewegt haben. Das ist egal. Hängt nicht mehr. Gut. Red ist offen. Mach nur Red auf. Okay. Dann dreh ich die Cam. Ich komme überweite zurück. Gut. Das ist aber nix. White Hallway Window, glaube ich. Piano Window. Oder Piano Window, okay. Südwindow bei Piano ist Hitchy Heaven. Repellt aufs Dach? Nee, repellt er immer noch. Schießen meine Warmi-Devices weg? Ich werde gleich von zwei Seiten gepusht, mit Sicherheit. Ist im Piano drin. Im Piano drin. Fuse. Ja. Haben meine Meister-Camp weggemacht. Hat mich. Ja. Bin im Piano gestorben, gegen Fuse. Da waren zwei im Piano. Ja, sind schon ein Zicker. Ja. Okay, ich schaue das hier. Bitte? Einer ist noch links von dir, bin. In bar, in bar. One friendly remaining. Ah, come on hier. Jetzt. Ace in bar. Ace on ping, Ace in freezer. Fuse in... Beide da. Eine white. Ja. Fuse pusht dich. Was hast du gesagt? Wenn ich was gehalten hätte? Das war der Ace, der war in früher. Wenn du die Türweite gehalten hättest, wäre ich von dem Ace nicht gepusht worden. Hey Johnny. Hallo. Wo hat dich der gepusht? Nee, ihr werdet. Repplin schon? Wo? Ja, äh. Sanjo oben. Sanjo oben. Und doch. Shit! White stairs, white stairs, white stairs. Landing, Ace. War der schon oben? Ist wahrscheinlich jetzt oben. Ist wahrscheinlich jetzt top of white. Äh, Skylight ist was. Wer noch nicht gerundet hat, man hat genaded. Hab einen white stairs, hab zwei white stairs. Noch einer dort, Ace ist auch dort. Ja. Ich halte von hier Angst. Äh, einer kommt Red stairs. Ace geht Richtung Red stairs. Red stairs hoch. Dann halt ich das... Also ich muss im Bjarne halt. Gut, bei Red wahrscheinlich. Bjarne. Bjarne irgendwo. Bjarne. Hat, glaub ich, bei Bjarne den Drop gemacht. Ja, Yana ist auf dem Skylight. Ja. Äh, New Drop? New Drop? Ja. Und immer noch einer Skylight. Pass auf, letzte. Der ist auf. Brandly, du kannst da upreden. Nice. Potatoed. Ace. New Drop. Lost. Drohne bei Borten. Zwei Skylight Drop. Ja. Immer noch einer. Ich geh da durch. Steht immer noch... Liegt dort, wo... Zwei sind injured. Zwei sind injured. Liegen beide dort. New Drop. Nice. 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 Ohohohoho. Danke. Holy shit. You so much. Schön ruhig geblieben. Vor allem nicht greedy geworden oder sowas. Ne, ich musste mich sehr zurückhalten, aber hab mir gedacht, die tun mir nix. True. Ähm, tendenziell Süd-Ost-Spawn, weil die Main-Street-Camp ist noch da. Äh, die dritte Cam ist weggegangen. Äh, die dritte Cam ist weggegangen. Wir haben Unterstützung. Haben gerade... Oh shit. Sind schon weiter drin gewesen, waren zu Schluss. Argos' Camera hat gerade einen von den Bandage-Chargers weggemacht. Okay, sie ignorieren Bakery. Ich würde es weiter halten, mag einer rüber rutschen? Passt, wir sind... Ich schau... Ich schau... Ich schau weiter, Cam's. Ja, bei White Stairs ist gerade einer vorbeigelaufen. Ich hab ihm nicht in den Fuß geschossen. Hat mich bei Christmas... Smash. Ja, da ist noch einer, Garage, ich kann gerade noch nicht flanken. Alles gut. Muss nicht zu aggro sein. Nate von Bar. Nate von Garage. Na zu. Ich glaub, die ignorieren Bakery. Ja. Ich halt Bakery in der Kamera, wenn was kommt, sag ich's euch. Cool. Okay, wir war Garage. Die hitten... in Kassel. Ja, die in Kassel. Hier sind zwei. Auf pink fünf sind zwei. In diesem kleinen Cabi. Shoes ist das, glaub ich. Einer pusht ins Bakery. Wedding. 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 Es hat gerade jemand zur Freezer. Ja, bei Wedding ist einer. Kapitao Smoked Kitchen. We are protected. Shit. Wedding Rotation. Ich halt von... Äh, bin tot. Na, die Ash Milch. Sie haben die Camp. Bei Wedding. Äh, komm rein, komm rein. Van vor dir. Schön. Zwei auf meiner Seite. Keiner mehr. Keiner Bakery. Keiner Bakery. Einer, schön, nice. Einer injured, einer injured. Der zweite ist hinterbar. Und einer waue in den Bakery Richtung. Pusht jetzt langsam. Bakery, Bakery. Einer ist hier auf pink fünf. 15 Sekunden. Dauer pink. Beide. Halt euch. Beide pushen, Tür. Granate. Kommt, kommt geil. Ben, einer drin. Zweiter kommt rein. Einer injured, einer injured. Zweiter herin. Nice. Nice, Ben. Super schön, Ben. Super schön, Ben. Super schön, Ben. Good hold. Killed die Kills, hast du jetzt doch gemacht, Ben. Drei waren das mindestens. Äh, ja. Stimmt, ich hab die Ash geschottkannt und dann noch zwei Typen hinterher. Also, ich war heute mega scheiße, aber das Spiel war großartig. Good job, guys.